Alles andere stellt sich erstmal dahinter. Felix, bleiben bei unserer Base, außer der WT, der kommt mit. Nimm ich die hin. Warum haben die alle eine Briten-A, die gibt es hin und wir nicht? Weil der eine ist doch so weit weg. Er ist der einzige Busch in der Basis, mann. Weil mir noch ungefähr 80.000 Erfahrungspunkte auf dem GC fehlen. Ach, ich bin auch erst beim 8er. Ich bin beim 9er, der ist lustig. Ich fang keine A-Team mehr, nee bitte. Ich bin aus dem Spiegel flogen, wenn sie da rein kommen, nicht rein. Wir sind auf EU2. Wir sind auf EU2. Wir sind auf EU2. Wenn ihr rein kommt, dann bleibt ihr hinten bei den TDs. Lass die 7 die Schüsse fangen. Ich bekomme was. Ich bin auf EU2. Noch rechts... Da noch. Wird etwa noch das halbe Gegner ziehen? Was noch ungespottet ist? Lass die kommen. Ich mache dich komplett. Wir müssen die Winde langsam nachladen müssen, oder? 50D Die Poch steht drüben Die Poch steht genug Hol die jetzt hier raus Und dann in Abrechnung cap Hier, außer der 27 Heavy, zieht mal hier lang, beschäftigt ihn mal ein bisschen Ich glaube das ist eine ganz schlechte Idee Naja, glaub es nicht Wenn die beschäftigt sind, dann gehen die Ebu Ja, das ist dann weiter Jetzt, guck mal, geht die Ebu 27 Heavy, du bist recht tot Die 5 hat sich erstmal Habe ich jetzt einer ES-7 durch den Throne gepackt? Geil Der schießt mit Gold auch tot Der schießt mit Goldschirm und schießt Also, das ist ein 5.5 Heavy Ich habe nichts besser als zu tun 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 Was macht der Leid? Eier 6, äh, Eier 7 nehme ich Dann gehe ich auf den E5, der da irgendwo eine Rundung hat Auch noch mit Goldschirm schießt Oh, ich schießt So, jetzt da rast ich jetzt auch auf den Raufkuss Ja, ein Wunder bis raus So, einer könnte mal in die Cap rein, da rast ich ja den Ostsekt pushen So, der Rest zack, 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 zack Nee, die beiden, zack, zack, zack Dann steht sie nicht mehr da Truff, truff, truff Dann sich anscheinend schätzt sie vor, um auf die Familie zu klicken, dann fährt sie zurück Dann rauskommen Dann halt Truff, wenn sie nicht rauskommen wollen, dann kommen sie halt nicht raus Halt die Fresse dahinter, scheiße Einer mal hier rausfahren, dass wir den auch machen können Der Sieg ist meins Das war's für uns, los hier! Das war's für uns, los hier! Komm, wir sind immer noch einmal raus, ich will noch einen Schuss sind nicht sammeln Mann Nein! Gebreit! Ach, 100 Leucht War eins War eins, war eins Sehr schön Dann schieße ich in Stein, ich glaub's ehrlich Ich glaub's ehrlich Da war meine Kanone nicht so schnell wie mein Finger Was sieht ihr meistens? Servofan-Call Achso, ich bin dann schnell raus Ja, ich lad ihn nochmal ein